Ich darf heute hier bei In-Up-Out einen der bislang hochrangigsten aktiven Unternehmensberater begrüßen. Der Mann, der zu meiner Linken sitzt, hat, als ich geboren wurde, angefangen mit Unternehmensberatung, das ist jetzt 25 Jahre her, und ist zu dem Unternehmen, über das wir auch heute reden werden, gekommen, als sie bei 25 Mitarbeitern standen. Heute, 25 Jahre später, sind es um die 1000. Und ich freue mich da sehr, in der Folge mal ein bisschen in die Vita von einem Vorstand zu gehen und begrüße deswegen sehr herzlich heute Alfred Neugebauer. Hallo, Herr Neugebauer. Hallo, ich grüße Sie, Herr Neugebauer. Vielen Dank. Gerne. Herr Neugebauer, 25 Jahre durchgehend, auch bei Horvath, Horvath & Partners, wir sitzen jetzt hier in München in Ihrem Büro. Sagen Sie vielleicht mal ganz kurz, wie kam es zu dieser außergewöhnlichen Karriere? Ja, das mache ich sehr gerne. Wenn ich mal zurückdenke, 1994 habe ich mein Studium beendet. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert mit den Schwerpunkten Wirtschaftsprüfung und Controlling in Augsburg. Und ich habe so während dieser Zeit eigentlich den klassischen Weg beschritten, Praktika, Werkstudententätigkeit, zuletzt dann aber auch Praktika in einer studentischen Unternehmensberatung und dann auch bei einer der Big-Four-Beratungen und habe da so ein bisschen ran geschnuppert. Mich hat die Freiheit, Flexibilität in diesem Job damals fasziniert, das weiß ich noch. Ich war natürlich kleiner Praktikant und saß im Backoffice und durfte ein bisschen mitmachen, aber das fand ich ganz spannend damals schon. Als ich dann mit dem Studium, als mein Studium dann abgeschlossen habe, habe ich natürlich darüber nachgedacht, gehe ich jetzt in die Industrie, mache ich den klassischen Weg? Mit meinem Studiumschwerpunkt lag es natürlich nah, auch in die Wirtschaftsprüfung einzusteigen. Ich habe mich dann aber auch bei Unternehmensberatung beworben und bin dann, damals ging das noch per Stellenanzeige in der Süddeutschen und bin dann da über eine Stellenanzeige gestolpert von Horvath und Partners, erinnerte mich daran, dass mein Professor den Herrn Horvath mal zitiert hat in irgendeiner Schrift und habe mich dann da beworben. Obwohl ich nicht genau wusste, was mich erwartet und ich sage mal, wie groß dieses Unternehmen ist, wie weit das Unternehmen so in seinem Lebenszyklus ist, habe mich da beworben, bin nach Stuttgart gefahren und habe dann das Glück gehabt, damals im ersten Forschungsgespräch tatsächlich dann auch mit Peter Horvath sprechen zu dürfen. Das kam dadurch zustande, dass der Rekruter krank geworden ist und dann hat damals halt der Peter Horvath das selber übernommen. War ja ein Startup, ne? War ein Startup, genau. Das war tatsächlich mit 25 Mitarbeitern. Das hatte Startup-Charakter, da ist jeder eingesprungen und das hat mich dann so fasziniert. Und auch dann in einem zweiten Gespräch, die jetzigen teilweise Partnerkollegen, auch Älteren, die dann dabei waren, haben da eine ganz hohe Motivation und eine tolle Stimmung rübergebracht. So im Sinne von, alles ist möglich, fang mal an. Das hat mich sehr fasziniert und dann habe ich dazu gesagt, mein Vater machte sich dann natürlich ein bisschen Sorgen, was macht der Junge da, ist nicht der Wirtschaftsprüfungsweg der Bessere. Aber so im Nachhinein, es gab nie einen Grund zu gehen. Es war eigentlich eine sehr, sehr tolle Entscheidung für mich und für meinen beruflichen Weg. Was waren damals die Erwartungen, die Sie als Studierende in den 90ern an Unternehmensberatung hatten? Was ging Ihnen in Ihrem Kopf vor, als Sie gedacht haben, okay, das ist jetzt ein Beruf, den ich spannend finde? Also ich hatte ja durch die Praktika so ein bisschen Eindruck bekommen, was das Thema Flexibilität, wechselnde Aufgaben, immer neue Projekte, immer neue Kunden, das hat mich fasziniert und das fasziniert wahrscheinlich heute auch noch Bewerber. Dass sie wissen, sie gehen nicht in eine bestimmte Rolle für drei, vier Jahre, machen dann den nächsten Karriereschritt, sondern dass da sehr viel Agilität, sagt man ja heute auch, drin ist. Dass man sich auch sehr schnell verändern kann und das hat mich damals angelockt. Ich wusste natürlich nicht so genau, was dann da passiert. Ich hatte durch die Praktika so einen leichten Eindruck, aber natürlich weiß man dann nie genau, was passiert. Und als ich dann bei Orwa tatsächlich angefangen habe, habe ich das erwartet, auf was ich da getroffen bin? Nein, es war von den unternehmerischen Freiheiten in diesem Start-up noch besser, als ich dachte. Aber auf der anderen Seite, ich habe ja gedacht, mit meinem Studium weiß ich was und habe wirklich was gelernt. Und in der Praxis war es dann anders. Also da fängt man, man lernt natürlich, ich sage mal, wie man sich ausdrückt, wie man arbeitet, wie man sich strukturiert. Ich habe dann aber tatsächlich, was die fachlichen Inhalte angeht, noch mal relativ vorne angefangen. Obwohl es die Themen waren, die ich auch im Studium vertieft hatte. Also das war für mich so eine Erkenntnis. Wenn man meint, man kommt aus dem Studium und ist bereit, jetzt die steile Karriere zu starten, dann schadet es nicht, noch mal ganz tief zu graben in den ersten Jahren, um sich da auch ein gutes Fundament zu erarbeiten. Das waren die ersten Fähigkeiten, wo Sie gemerkt haben, okay, die gab es in der Uni nicht, die gibt es wirklich nur in der Praxis, in den ersten Projekten dann anzuhalten. Das ist ganz spannend. Bei mir war es damals so, dass wir in den Trainingsprogrammen, die wir bekommen haben, da ging es um Moderation, um Präsentationstechnik. Das haben wir an der Universität ja damals nicht gelernt. Was wir konnten, war, ich sage es mal, Kostenrechnung. Das hat sich heute tatsächlich gedreht. Wenn ich da mal einen Vergleich zu heute machen kann. Heute sind die Absolventen, die zu uns kommen, da perfekt ausgebildet. Also wir brauchen ganz wenig Trainings in diesen ganzen Themen wie, also Skill-Training, Social Skills und Ähnliches oder Berater-Skills, wie wir das nennen. Und der Schwerpunkt liegt bei uns jetzt eher auf den fachlichen Trainings tatsächlich. Also da hat sich deutlich was verändert. Die jungen Kollegen sind deutlich besser ausgebildet, vorbereitet auf den Job. Was dieses Thema, wie agiere ich, wie gehe ich vor, wie strukturiere ich Projekte, wo wir mehr trainieren, ist dann das ganze Thema Fachlichkeit. Was heißt fachliche Trainings? Was sind konkrete Methoden, die Sie da an die Hand geben? Also wir haben ja verschiedene fachliche Schwerpunkte in unseren Angeboten, die wir an die Kunden geben. Und wenn Sie, ich mache mal so ein paar Beispiele, also wenn Sie jetzt ein Einkaufsprojekt einem Kunden anbieten und Warengruppen optimieren müssen, das können Sie nicht, das haben Sie nicht an der Uni gelernt. Also da muss man sich mit einem erfahrenen Berater hinsetzen und der agiert dann auch als Trainer und bringt das einmal auf den Projekten natürlich unseren Mitarbeitern bei, aber dann auch nochmal in Trainings. Oder wenn Sie in unser Kernthema Controlling reingehen, wenn Sie dort beispielsweise ein S4-HANA-Projekt auf der Finance-Seite begleiten wollen, dann müssen Sie halt sehr, sehr tief in den fachlichen Themen drin sein. Der Kunde erwartet ja von uns, dass wir es besser wissen, verstehen als er in dem Moment, diese Fachlichkeit. Und dass wir diesen Input dann auch geben in das Projekt. Und das müssen wir natürlich unseren Mitarbeitern auch beibringen. Hat damals der Herr Robert, als Sie da im Bewerbungsgespräch vorhin saßen, hat er damals auch schon so etwas wie einen Brainteaser reingeworfen oder irgendwie eine Case Study? Ehrlich gesagt, das kam dann im zweiten Gespräch. Also das war ein sehr freundliches Gespräch. Der hat natürlich so ein bisschen Werdegang abgeklopft. Ich glaube, dem Professor Robert, ich habe ihn nie gefragt, aber ich glaube, ihm war wichtig, dass der Mensch, der da kommt, in dieses Team passt. Ich glaube, wenn man ein relativ kleines Team hat, so mit 25 Mitarbeitern, dann muss da, ich sage mal, von der Kultur her auch alles passen. Ich glaube, das war ihm sehr wichtig. Auch der Werdegang, natürlich auch das, was man mitbringt an Know-how. Kein Brainteaser. Das haben wir dann aber tatsächlich im zweiten Vorstellungsgespräch gemacht. Heute sind Sie Vorstand bei Horvath, ziehen davon ganz oben mit Ihren Kollegen die Fäden. Was waren in den ersten Jahren als Berater so vielleicht Fehler, große Learnings, wo Sie einfach sagen, das hat mir gut getan, da mal auf die Schnauze zu fallen? Ja, das ist tatsächlich passiert. Also es gibt natürlich Situationen, Projekte, wo Sie bei Datenanalysen keine Fehler gemacht haben, aber dann zum Beispiel in einer Präsentation bestimmte Fragen nicht beantworten können. Oder wo Sie, ich sage mal, bestimmte Analysen auch nicht immer, also wo Sie quasi den roten Faden dem Kunden nicht erklären können, obwohl die Zahlen stimmen. Und das sind so Situationen, das sind immer die absoluten Schwachstellen in Projekten. Wenn einer nur aufzeigt und sagt, die Zahl stimmt nicht und Sie können dann nicht sofort kontern und sagen, doch, die stimmt, weil die ist so und so belegt und die kommt da und daher und das und das ist die Quelle, das müssen Sie unmittelbar können. Das ist so ein, ich sage mal, Rüstzeug des Beraters. Immer wissen, wenn man was sagt, muss man es belegen können. Wenn es angezweifelt wird und Sie haben keine Antwort drauf, dann ist das Thema tot in der großen Runde. Dann wird auch alles andere angezweifelt. Also das sind so, das war so ein ganz kleines Learning. Wie vermeide ich das? Indem ich vorher stärker trainiere, mir die Fragen des Kunden durchdenke, meine eigenen Unterlagen challenge? Genau, ich muss mich auf so eine Präsentation, auf ein Gespräch vorbereiten und ich muss jede Zahl, die ich mitnehme, belegen können. Wir machen ja sehr viel, also es gibt natürlich, ich sage mal, Projekte, da spielen Zahlen jetzt nicht so eine Rolle. Da geht es vielleicht eher um Inhalt, um strategische Themen, um Maßnahmen, um Change-Themen. Aber wenn Sie beispielsweise in so ein Benchmarking reingehen und jetzt ein anderes Unternehmen bewegen wollen, sich aufgrund eines Benchmarks zu verändern, dann werden so Zahlen natürlich angezweifelt. Und Sie müssen dann sehr plausibel und glaubhaft natürlich dann darlegen können, dass diese Zahl doch stimmt und die richtige ist. Und darauf muss ich mich vorbereiten und das muss ich wissen und nicht leichtfertig in so eine Situation geraten. Also das ist so ein Handwerkszeug, was man sehr schnell aber lernt. Und was ich aber auch als junger Berater dann gemerkt habe und auch diesen Fehler mal gemacht habe und dann auch angezählt worden bin vom Geschäftsführer eines Kunden, das sind dann so Situationen, die sind nicht so schön. Klar, aber da wächst man recht stark dran, wenn man nicht die Flinte ins Korn wirft. Naja, den Fehler macht man halt nur einmal. Genau. Das sind aber so die klassischen Situationen. Und was auch wichtig ist, ist natürlich, wenn Sie in Veränderungsprojekten sind, wo es wichtig ist, ob das jetzt fachliche Themen, Transformationsprojekte sind, Strategieprojekte sind. Und es ist natürlich sehr wichtig, die Menschen, die die Veränderungen dann auch umsetzen müssen im Unternehmen, tatsächlich alle mitzunehmen. Wie macht man das? Durch viele, viele Gespräche. Und zwar Gespräche, die dann nicht in einem Längungsausschuss stattfinden, sondern vorher stattfinden. Nicht, ich sag mal, gegenseitiges Abstimmen im Sinne von, wenn ich das sage, sag du das. Dann natürlich nicht, das geht nicht. Aber ich muss Menschen überzeugen. Und wenn die dann überzeugt sind, und ich darf keinen vergessen, das ist auch mal eine Situation gewesen, wo wir dann tatsächlich das Gespräch intensiv mit einem, der der Stakeholder nicht geführt haben, und der dann im Längungsausschuss halt die Hand gehoben hat. Und dann schlingerte das Projekt dahin. Also das ist wichtig, sich im Vorfeld, heute nennen wir es Change. Früher gab es das Wort noch nicht, da war es noch Projektmanagement. Das ist wichtig, dieses Handwerkszeug zu beherrschen. Was ist Ihr Gefühl, wenn Sie so vergleichen, in den 90ern, 2000ern auch zu jetzt, inwieweit sind deutsche Unternehmen wandlungsbereit, aufgeschlossen für Wandel? Was ist da Ihr Gefühl? Hat sich das verbessert, verschlechtert? Also ich persönlich stelle jetzt da keine Veränderung fest, tatsächlich. Es gibt natürlich immer, ich sag mal, Herausforderungen, wie jetzt die Corona-Zeit, die Corona-Krise, wo Unternehmen sich nochmal, ich sag mal, orientieren und fragen, was ist wirklich wichtig, und anders priorisieren und dann auch mit einer, mit einem besseren oder mit einer anderen Schnelligkeit an Themen rangehen wollen, ja, also Veränderungsbereiter sind. Das haben wir aber immer wieder gehabt. Das war 2008, 2009, 2010 so, nach der Finanzkrise. Also so Themen gibt es immer wieder, aber grundsätzlich für das, für die Themen, die wir stehen, die wir beraten, gibt es da keine große Veränderung, ja. Okay. Was ist Ihr Gefühl? Hat sich die Rolle eines Unternehmensberaters vom Vorstandsflüsterer, wie es vielleicht in den 80ern, 90ern war, heute mehr zu einem Foliensklaven entwickelt, wenn Sie auf die Branche gucken? Also bei uns hat sich, wir waren nie, nie das, was Sie beschreiben, sondern meine Erfahrung von Anfang an war, dass wir als fachliche, wir sind ein sehr fachlicher Berater, ja, also Kunden kaufen uns ein, um tatsächlich in fachlichen Themen weiterzukommen, um Controlling-Instrumente, Prozesse weiterzuentwickeln, um Strukturen in Unternehmen, Organisationsstrukturen, Prozesse weiterzuentwickeln, um beispielsweise Ihr Pricing zu optimieren. Das ist Know-how, was Sie dort zukaufen. Und da sind wir Ratgeber, wir sind aber dann auch immer Prozesstreiber gewesen, diese Themen umzusetzen. Wir sind nicht so sehr Vorstandsflüsterer, im Sinne von lieber Vorstand, du müsstest das und das machen. Glaube ich auch gar nicht, dass diese Rolle heute noch so existiert. Ja, kann ich gleich noch was zu sagen. Und auch nicht Folienmaler für den Kunden, ja, sondern die Kunden, das hat sich schon so ein bisschen verändert, gerade wenn sie in großen, ich sag mal mittelständischen Konzernen auch tätig sind. Damit meine ich so Unternehmen, auch große Familienunternehmen, drei, vier, fünf Milliarden, zehn, zwölf Milliarden in der Größenordnung. Dann wird da eine Hau zugekauft mit einer sehr hohen Erwartungshaltung und nicht so sehr jetzt eine Beratertruppe, die dem Abteilungshalter Folien malt. Also sowas habe ich nicht kennengelernt. Also insofern, diese beiden Rollen, die Sie beschreiben, die kenne ich eigentlich gar nicht. Vorstandsflüsterer, ist es dann nur ein Konstrukt oder wie sehen Sie das Thema, wie hat sich das entwickelt? Also mir fällt das schwer, jetzt darauf zu antworten, weil wir diese Rolle tatsächlich bisher nicht einnehmen. Und ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt Kollegen tun. Damit unterstellen Sie ja, dass Vorstände sich Rat holen bei Beratern, wie sie ihr Unternehmen führen sollen. Das wird es geben. Diese Rolle haben wir in der Regel nicht. Also wir gehen, wir sprechen schon mit Vorständen im Sinne von, die Ergebnissituation ist nicht so, wie sie sein sollte. Eher Problem, eher Prozess. Aus unserer Sicht sollten Sie Folgendes tun. Hier und hier sind die Ebel, wir können Ihnen dabei helfen. Also das ist die Art von Gesprächen. Das ist aber weniger ein Einflüstern. Also ich nehme die Vorstände, die ich kenne, die Geschäftsführer, die ich kenne. Das sind alles Profis, denen muss ich jetzt nichts einflüstern. Die wissen schon sehr gut, was sie wollen. Und die Frage ist dann, was ist der Weg? Und da kann man natürlich als Berater auch helfen und auch mit Erfahrung helfen und sagen, den Weg kennen wir aus einem anderen Unternehmen, der war nicht so erfolgreich. Denk doch mal über die Alternative nach. Also ich glaube, das ist dann der Rat, den wir geben können. Verstanden. Wenn wir nochmal ein bisschen auf Sie zurückgehen in dem Sinne, die Karriere. Was machen Sie heute und was waren vielleicht auf dem Weg dahin so die größten Meilensteine? Ich bin heute Partner und Vorstand der Horvath AG. Wir sind ein partnerschaftlich geführtes Unternehmen. Bei uns sind alle Partner gleich berechtigt. Unternehmer. Ja, und wir haben einen Vorstand, der auch in gewissen Zyklen dann neu bestimmt wird. Aus der Partnerschaft heraus. Und die Rolle des Vorstandes ist zum einen natürlich weiter Berater sein, weil ich bin Berater mit allem, was ich kann und tue. Und ich liebe diesen Job. Ich habe auf der anderen Seite aber auch heute eine funktionale Verantwortung und das Ganze jetzt seit sechs Jahren mittlerweile. Ich bin verantwortlich für das ganze Thema HR bei Horvath und bin dort verantwortlich natürlich für das Recruiting mit meinen Kolleginnen und Kollegen für die Ansprache von neuen Mitarbeitern in allen Kanälen. Und auf der anderen Seite für das Thema Mitarbeiterbindung, Personalentwicklung. Wir legen natürlich äußersten Wert darauf, dass Mitarbeiter motiviert, qualifiziert möglichst lange bei uns bleiben, weil die Mitarbeiter sind, ich sag mal, das höchste Gut, was wir als Company haben. Und unser Interesse ist natürlich, dass sie sich hier wohlfühlen, dass sie motiviert arbeiten können und das ist mein Job. Wie hoch ist die durchschnittliche Verweildauer? Die durchschnittliche Verweildauer, die liegt so bei vier Jahren ungefähr. Also ich habe mal vor Jahren Benchmarks gesehen, da lagen wir drüber. Ich weiß nicht, wie sich das heute entwickelt hat. Wie war das bei Ihnen? Was waren die Etappen, um 25 Jahre den Durchschnitt so weit hochzutreiben? Stimmt, die Partner sind da nicht mitgezählt. Also wenn Sie mal in den Partnerkreis schauen, die sind alle sehr lange oder viele sehr lange dabei. Die haben wir bewusst mal rausgenommen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen verfälschen. Also bei mir war es so, ich habe 1994 bei Horvath angefangen. Das habe ich ja gerade ein bisschen geschildert, wie das kam. Und war dann drei Jahre in Stuttgart. Ich habe in unserem Büro in Stuttgart angefangen. Die anderen Standorte gab es damals noch nicht. Es gab Wien und es gab Budapest. Und ich komme gebürtig aus dem Ruhrgebiet, wie Sie auch hören, weder Schwabe noch Bayer. Und mich hat es da auch ehrlich gesagt wieder ein bisschen hingezogen. Und dann ergab sich die Möglichkeit, dass wir einige Projekte im Raum Düsseldorf hatten. Und dann hat der Partnerkreis damals dankenswerterweise beschlossen, dass ich jetzt nach dreieinhalb Jahren Berufserfahrung nach Düsseldorf gehen darf. Also ich bin dann tatsächlich dahin, habe ein Büro gesucht, habe eine Assistentin eingestellt. Nach dreieinhalb Jahren Berufserfahrung, das fand ich schon ziemlich mutig. Und habe dann das Büro in Düsseldorf eröffnet, was jetzt mittlerweile 130, 140 Mitarbeiter hat. Ich habe auch die Verantwortung dann abgegeben in 2000 an einen Partnerkollegen. Ich bin dann 2000 Partner geworden, habe zwischenzeitlich dann die Verantwortung für das Münchner Büro mit übernommen. Das gab es schon, da ist ein Kollege ausgeschieden. Ich habe dann die Verantwortung hier mit übernommen. Und habe aber immer parallel dazu eine Branche bei uns mit einem Partnerkollegen aufgebaut, Industrial Goods und Hightech. Also wir haben sehr stark da investiert in Branchen-Know-how, in die Ansprache von Branchenkunden. Und bin da heute auch noch für verantwortlich, also für alles, was produziert in Deutschland oder beziehungsweise in unseren Märkten, habe ich als Vorstand noch die Verantwortung und bin da auch bei Kunden noch aktiv. Also das war so ein bisschen der Werdegang. Da gab es sicherlich noch die eine oder andere Station dazwischen. Aber so im Nachhinein, ja, man kann vielleicht sehen, es gab die Möglichkeit, natürlich in so einem Start-up, in Anführungsstrichen, in einem stark wachsenden Unternehmen, Chancen zu ergreifen. Türen gehen auf. Das ist sogar gewollt bis heute bei uns und ich konnte mich da gut entwickeln, ja. Wie viele Leute gab es auf dem Weg, auch bis heute, die da immer wieder versucht haben, sie da vielleicht rauszuziehen, weil sie gemerkt haben, okay, da ist viel Drive da. Das ist ein Berater, der sich auch bei den Kunden gut verankert hat. Also Sie meinen jetzt Angebote? Ja. Ja, die gab es. Es gibt dann tatsächlich aber, ich sage mal, wenn Sie so einen gewissen Level in der Beratung haben, dann nehmen die Anfragen ab. Wahrscheinlich, weil Konkurrenten dann auch denken, also ich würde jetzt auch nicht einen Vorstand oder einen Managing Director von, also gezielt von einem der Big Four oder einem der großen Strategieberater ansprechen, weil in der Regel die so erfolgreich sind und so gesettelt sind, dass das nicht sinnvoll wäre. Das wissen Headhunter dann aber auch, ja. Aber es gab immer wieder natürlich Anfragen von Kunden. Ich habe das aber stets, ich bin tatsächlich einmal, weil ich ein großer Skifan bin und da kam ein großer Wintersportkonzern aus Österreich. Da habe ich mal kurz drüber nachgedacht, Mensch, das wäre schick. Und dann hat meine Frau gesagt, nee, da ziehe ich nicht hin, das ist so weit weg. Da ist ja nichts. Dann war das erledigt. Das ist zehn Jahre her, aber das fand ich ganz spannend. Wie wichtig ist so ein privater Background? Also brauchen wir gar nicht in der Tiefe darauf eingehen, aber einfach mal vom Grundsatz her, können sich manche ja manchmal gar nicht vorstellen, dass so etwas möglich ist, wenn man innerhalb von einer Woche in drei oder vier Städten ist und das über Jahrzehnte, so ist das Beraterleben, wenn jetzt nicht gerade Covid ist, wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten wieder verstärkt. Ja. Sie meinen zu Hause, wie das funktionieren kann? Nein, wie wichtig ist es im Grunde da eine Partnerin zu haben, die das mitmacht? Ja, das ist absolut topwichtig, ja. Ich habe jetzt den persönlichen Vorteil gehabt, als ich meine Frau kennenlernte, war ich schon in der Rolle des Partners. Also die wusste sehr genau, worauf sie sich einlässt. Ich weiß aber auch, bei uns ist das Thema Reisen, Arbeitszeitbelastung und Reisen ist aber ein Grund für viele Mitarbeiterinnen und auch Mitarbeiter, dann so mal auf dem Level sechs Jahre Berufserfahrung, wenn man mal darüber nachdenkt, Familie zu gründen, ist das für viele auch tatsächlich ein Grund auszusteigen, weil sie sagen, das funktioniert so nicht und das wollen wir auch so nicht, das ist nicht unser Lebensmodell und wir wollen dann aussteigen. Das ist in den letzten Jahren besser geworden. Warum? Weil viele Kunden es auch vor Corona schon akzeptiert haben, dass man nicht immer vor Ort ist, sondern auch aus dem Backoffice arbeitet und jetzt durch Corona wird es natürlich noch einfacher und da setzen wir auch sehr stark drauf. Wir haben das auch mit vielen Kunden schon vereinbart, dass wir auch nicht zurück in die alte Welt gehen und wieder fünf Tage die Woche beim Kunden sind. Natürlich, wenn der Kunde das will, okay, aber viele Kunden von uns sagen, ihr braucht nicht zu kommen, jedenfalls nicht fünf Tage die Woche, wir haben eh keine Büroräume für euch, also das ist eher so ein Trend, ja, so und da wird es natürlich dann auch möglich, weniger zu reisen und ich habe die Hoffnung oder die Zuversicht, dass der Job des Beraters dann auch für die Bewerber attraktiv wird, ja. Cool. Vielen Dank, Herr Neugebauer. Sehr spannende Einblicke in Ihre Vita. Wenn man jetzt zugehört hat und sagt, okay, ich fand das spannend, ich würde gerne mehr über Sie erfahren, meinen Austausch gehen oder vielleicht auch über Horvath, weil da Leute gerade, da hat sich ein bisschen was angestaut über die letzten Monate, weil die Grenzen auch lange zu waren bei allen Beratungshäusern, weil man nicht genau wusste, was passiert da, jetzt gehen sie wieder auf, jetzt macht es durchaus Sinn, sich für Praktika, Festanstellungen zu bewerben. Wo kann man mehr über Sie und Horvath erfahren? Genau, also es gibt natürlich alle einschlägigen Kanäle, Entschuldigung, ja, es gibt natürlich alle einschlägigen Kanäle, LinkedIn, Facebook, Xing, vor allen Dingen unsere Karriere-Seite natürlich auf der Homepage, aber gerne auch Anfragen direkt an mich. Ich werde die auch kurzfristig beantworten dann, das sage ich zu und ich freue mich natürlich über viele Ansprachen. Wir halten es mal gezielt, wir packen mal Ihr LinkedIn rein, wir packen mal die Karriere-Seite rein. Ja, gerne, sehr gerne. Dann ist ein Fokus da, dann können wir auch damit rechnen, dass da Leute den richtigen Schritt gehen. Sehr gerne. Deswegen, wir haben uns so begrüßt, wir verabschieden uns so, herzlichen Dank, Herr Neugebauer. Vielen Dank. Jetzt habt ihr gefragt, gebt gerne mal euer Feedback zu diesem Interview. Wie gesagt, als aktiver Berater auf der Ebene, einer der Ersten, der sich bereit erklärt hat, so offen zu sprechen, bin ich sehr dankbar für, fand ich sehr authentisch. Und jetzt bin ich auf euer Feedback gespannt. Checkt ansonsten auch gerne weitere Folgen, wenn ihr hier beim Podcast zuhört oder wenn ihr bei YouTube mit dabei seid, um solche Interviews fortzuführen. Deswegen, cool, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's talk about consulting. Vielen Dank.